Herzlich willkommen liebe Leute zurück zuletzt bei Super Mario 3D Land. Letzte ist letzte Welt sind die hier. Also langsam aber sicher neigen wir uns dem Ziel. Los sind wir mit Welt 8.1. Und ich bin gespannt. Es wird natürlich alles nicht einfacher hier vor allem in der letzten Welt hier. Ähm wird es ätzend. Aber ich setze mal dass wir das mit 3 allerhöstens, dass es allerhöstens noch 3 Parten gibt. Wie dieses Projekt hier fertig ist. Jetzt prässt das der letzte Part. Scheiße. Da ist der letzte Part hier jetzt am Mittwoch. Allerspätestens dann das da kommen wird. Danke. Wenn wir dieses Projekt dann zu weit durch haben. Und dann ist das Punkt der so New Super Mario Bros. U. Deluxe. Fertig. Ich hasse die scheiß Dinger hier. Eigentlich geht dies da wieder total. Oh Gott. Natürlich geht der Typ auch auf die Plattform drauf. Natürlich tut er das. Natürlich. Ich hab mich doch getroffen du Hurensohn. Hurensohn. Das hätte ausprobiert über das war da unten sicher wär aber falsch gedacht. So. Das war's. Oh nein. Und jetzt hat... Nicht gut. Help me! Hier. Oh shit hier. Alles glöde. Alles glöde. Das Level war... Kritisch. Aber wirklich kritisch. So und ich glaube viel weiter... Ich hab keine Ahnung wie weit die jetzt kommen werden. Ich bin... Ich kann sein dass du sie das hat ein Haar abdrehen. Weil ich cap allab ob wir das letzte Levelshafen werden oder nicht. Oh das hört sich wieder so schön friedlich an hier. Da 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 Aber es sieht nicht friedlich aus. uche Ichin à euch. Oh nein. Oh. Oh. Was? Ich bin ein... Ich bin ein... Not ein... Da muss man kurz, ich glaube das bringen wir unten drüber, das ist fast für unsere eigene Wohle. Besser. Oh mein Gott, weil ich halte knapp hier. Legit, legit. Äh. Und da wird sie runter gefallen, also der Teil ist ätzend, da muss ich glaube ich schnell dranhängen an die Dinger. Boah, ich weiß jetzt der Teil ist richtig ätzend hier. Gingau so muss sie machen. wenn jetzt irgendwas kommt hier und es wird was kommen dann rast es aus genau dass sie konnte natürlich muss die Huren so ein Ding genau dass sie haben Sekunde angehen hier. Oh nee, Jesus Christ, bitte des Ja, Töne ist Nein Jetzt muss ich das Level noch mal machen Aaaaah Aber es habe Items Aber shit, das schnickert mich trotz des aufs übelste Ne, ich bekomme nicht mehr Star Items So, dass ich die ganze Zeit von vorne machen kann Können wir es mal Ja, Töne ist ja alles so langsam mal einführen erst Hinten hau uns einer mit richtig auf die Snauze Da denkst du wirklich, machst du mir nur so Boys, das heißt Ja, ist klar Mario, kannst du nicht mal springen oder was Also was so nass heißt, denkst du mir einfach nur so Digga, bitte Wieso machst du das, Mario Wieso bist du so behindert, du machst das Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Gut so weit Und jetzt beginnt er gleich die richtig ätzende Size Erneut Hm Ach du scheiße, mal klein, ich kann da nicht mal hin oder was Das ist einfach auch nur Gott Das war reines Glück Ja gut, das kann mir der Teller natürlich gar nichts hier Ist auch gut so Ich habe es halt so Deutsch gesagt, irgendwie irgendwo verkackt Ja, ich habe da verkackt gehabt Weil ich muss auf dieses heiße da drauf springen Alles andere ist unmöglich Boah, das ist ja vielleicht noch mehr als das andere Und ich dachte, die scheiße geht kaum Aber hoffentlich geht es ja wohl Boah, also die Schlusswort hier ist erst tappig So, das war die Scheiße hier an Das heißt jetzt auch die letzte Starcomer ganz ehrlich ist Beine erst mal die falsche Richtung hier losbringe Boah Nice So Yeah, aber ich habe das nicht mal geschafft hier Aja ja 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 so ist doch begibt es auch mehr 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 leppet der war wir noch ein zwei drei vier fünf jetzt ist er gespannt hier wie weit gekommen ist weil es nicht ja moin da wird zur augenalgegenüben münzen gerade so Gut, oh fuck. Dann machen wir dann dieses Level noch in dem Part. Geisterlevel. Plus die zwei anderen im nächsten Part. Und das Endbosslevel. Zu allerletzt. Irgendwie so in der Art. Zumindest machen wir das Level hier. Oder mal sehen, wie es das aufteilt. Vielleicht mal auch die ersten vier. Weil ich würde es ganz gerne eigentlich nur zwei Parten machen. Ich glaube, dann mache ich jetzt noch zwei Level. Passt der ganze Spaß. Mal wieder so eine Scheiße hier. Wachen die überall eigentlich auch so Luftblasen hier? Das ist ja auch nicht mehr gerade schön. Gut. Moini. Kann man einfach das meiste überspringen hier. Der Durst ist ja heftig. Übelst der krasse Lifehack. Dann sind wir jetzt bei der Midway-Fleck. Digga. Lass dir das Heiß-Item dann bloß nicht wegnehmen. Damit bist du Gott in solchen Welten. Das geht also. Oh nein! Oh mein Gott! Digga! Keine Hauke! Ich geh doch hier weiter, oh nein! Ich geh doch mal hin! 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 Lul! Alter, das Level ging ja übelst hier! Das war eigentlich gar nicht mehr so das Problem! Ja komm Digga, dann mach mal's ähm! Jetzt muss ich's gut überlegen! Gib dir mal Sven Zeit! Machen wir das! Machen wir jetzt noch in dem Part hier! Haben wir ja die Soße mal selber aufgelöffelt! Das ist gut so! Pfff! Auch wenn das hier übelst beim Hass Level sein wird! Weil es hast du als Trolling Level! Ich hasste so hart! Aber das Atem hier hilft mir übelst gegen die Geister gerade! Lel! Bin ich! Oh nein! Okay! Ja, ich hab doch mal gesagt! Das ist ja auch nicht wieder! Hier muss ich aber schnell PRODATUS! Was? Ich bin dran! Okay, ich rippe, Alter. Junge, da ist mir scheiße hier. Lull. Scheißstern, komm her. Kommt doch her, du Scheißstern. Hä? Ich bin doch eher am Ars. Was soll ich denn hier machen? Hä? Guck mal her, du Ars. 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 Guck mal her, du. Verpisst das einfach? Es heißt Geister. Junge, ich bin... Herr Tappt! Junge Peter Pfft... How to Encome, die das heiße hier? Könnt mich alle mal kreuzweise Wo kommt das hier auf einmal her, Alter? Das Level ist erst nicht mal feierlich Es ist nur so ein Si-Seal-Korm Und keine Trolls-Aterne, verstanden? Ja, mo- Ahaha, why not, ne? Ja, moin So, dudes, das war's dann mit dem Super Mario 3D Land Part So langsam erst der Endspurt angesagt hier Und mit dem Spaß geht's im nächsten Part weiter Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhauen Macht's gut, bis zum nächsten Mal Und ciao! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020